Nolan Diem, 16 Niederlage im siebten Spiel für die SZL-Trägers, obwohl man heute gegen die ZSZ durchaus auch ansprechende Passagen gezeigt hat. Was nehmt ihr jetzt mit aus diesem Machutrom? Ja... Gute Frage. Also wir haben nicht so stark gespielt, aber schlussendlich... Wir müssen einfach die Punkte machen jetzt, wir wissen genau wie eng das ist und wir brauchen dringend einen Punkt, um die Playoff zu erreichen. Der Mann war unter der Woche gegen Rapperswil. Heute ist die Mannschaft nach dem Spiel in den Gardern geblieben, war nicht zufrieden, wie man aufgetreten ist. Es gab offensichtlich eine Steigerung. Was ist passiert in diesen Tagen seither? Ja, wir wissen genau, wir müssen einfach 60 Minuten kämpfen, um einen Punkt zu holen. Ich glaube mit Rappi, wir haben das nicht gemacht und heute, wir haben es schon ein bisschen besser gemacht. Aber schlussendlich müssen wir noch mehr und einfach die kleinen Details besser machen. Ja, weil wir dringend Punkte brauchen. Was machen Sie, um die Punkte zu holen? Ein kleines Detail ist das eine, die Spiele gehen logischerweise aus, es bleibt eng am Strich. Gibt es jetzt noch irgendein Ass oder mehr? Ja, das Goal schiessen. Ich meine, wir schiessen kein Goal, zum Beispiel heute. Wir haben kein Spiel gewonnen, ja. Also, ja, einfach ein bisschen mehr vor das Goal stehen, viel mehr schiessen und... Ja, einfach das Puck ins Goal irgendwie tun, ja. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ja.